Ihr könnt jetzt einfach fliegen in Fortnite, denn durch den neuen Icarus schwingen, die man in den Kisten finden kann, kann man einfach durch die Gegend fliegen. Ich zeig's mal ganz schnell. Hier sieht man diese Schwingen, man kriegt hier wirklich krasse Flügel und da sieht man schon links, man kann abheben oder in der Luft einen Sturzflug machen. Und ich würde sagen, wir heben jetzt einfach mal ab. Und ihr seht schon, ja, jetzt können wir einfach fliegen. Wir fliegen durch die Gegend. Wir können jetzt ganz normal fliegen, auch boosten, sogar in der Luft. Das sieht wirklich krass aus. Und wir können natürlich auch in der Luft so weiter hoch fliegen. Man kann also wirklich einfach hoch in die Luft fliegen. Man sieht aber auch schon, der Gegenstand verbraucht sich mit der Zeit. Und ich glaube, jetzt höre ich auf zu fliegen und ich muss so erstmal nachladen. Heißt, ich muss jetzt erstmal landen und dann lädt sich das Ganze auf. Ein paar Sekunden dauert das und dann können wir wieder fliegen. Aber es hält schon relativ lange. So, machen wir nochmal. Wir fliegen nochmal hoch. Ja, und dann können wir einfach davon fliegen. Das ist schon sehr, sehr OP. Also, wir können jetzt einfach durch die Luft fliegen. Wir können sogar nach links ausweichen oder nach rechts ausweichen. Das ist schon krass gemacht. Sturzflug machen wir auch mal. Und ich glaube, das ist dann wie so eine Attacke. Das wird wohl auch ordentlich Schaden machen.